Hinter mir seht ihr drei YouTuber und diese drei YouTuber werden mich jetzt jagen und sie haben eine halbe Stunde Zeit, mich zu bekommen. Und falls sie mich bekommen sollten, bekommen sie 10.000 Euro. Aber heute gibt es eine ultra schwierige Aufgabe und zwar alle von uns haben Rocket-Autos. Und ihr wisst, Leute, diese Rocket-Autos sind mit die heftigsten Autos, die es überhaupt in GTA gibt. Und damit jemanden zu kriegen, wird extrem schwierig. Deswegen, Jungs, ihr habt heute 10.000 Euro, wenn ihr mich bekommt, mit dem Rocket-Auto. Also, guck mal, ich habe ein Rocket-Auto, ihr habt ein Rocket-Auto, 10.000 Euro, wenn ihr mich bekommt. Easy Money. Und das Ding ist auch, Jungs, ich habe nur ein Leben. Also, falls dieses Auto kaputt gehen sollte, habt ihr direkt gewonnen. Ey, Brustani, Alter, meinst du nicht, du übernimmst dich hier ein bisschen? Aber guck mal, ihr seid auch nicht gerade die Besten. Guckt hier den Bummi-Enter an, Max. Du bist auch nicht unbedingt der Beste in GTA. Was? Und Enrico ist jetzt auch nicht der Beste, ne? Also, komm, jetzt rennen eins gegen eins. Nee, wir machen jetzt kein Rennen. Steigt in eure Autos. Ich habe insgesamt zwei Minuten Zeit, mich zu verstecken. Und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Und dann könnt ihr mich jagen. Tschüss. Tschüss. Haut ab, Pomma. So, Leute, wir müssen jetzt natürlich hier, ich werde auch den Timer wieder aktivieren. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit. Also, heute wird es wirklich extrem hardcore. Heute wird es richtig heftig. Timer ist aktiviert, Leute. Der läuft. Und jetzt müssen wir entkommen jetzt. Also, die Zeit geht ja noch nicht für die los. Aber wir haben jetzt zwei Minuten Zeit, mich zu verstecken. Ich muss jetzt erstmal an eine gute Location kommen. Ich sage euch ehrlich, an eine gute Location, wo nicht jeder raufkommt. Ich bin mir noch nicht sicher, wo wir genau hinspringen oder hinfliegen werden. Aber, oh, guck mal hier. Nee, ich muss weiter in die Stadt. Ich sage euch ehrlich, es gibt... Oh, mein Gott. Yo. Yo. Ist das hier gut, Leute? Ich sage euch ehrlich, ich will das hier gar nicht so schlecht. Ich finde das... Ja, obwohl, aber die können mich von da oben abschießen. Deswegen werden wir mal ein bisschen weiter fliegen. Ey, ich sage euch, die kriegen mich niemals. Dieses Rocket Auto ist absolut overpowered. Ich würde mal sagen, die können jetzt auch schon losfahren. Yo. Ich bin der Auto auch so sehr. Fahrt ihr jetzt schon los, oder was? Ja, wir fahren schon los. Ihr fahrt schon los. Ey, Bro. Wir haben aber wirklich voll die Bummi-Autos von dir bekommen. Hey, was laberst du? Bummi-Autos. Das sind leider echt Bummi-Autos. Hey, ihr habt Rocket Autos. Ich habe auch... Bro, die können nicht mal lenken und so. Ja, Bro, Rocket Auto ist gut zum Abhauen, aber zum Verfolgen ist das nicht so gut. Äh, ja. Ja, okay, dann gib jetzt auf, oder was? Dann gib jetzt auf. Nein, nein. Dürfen wir togeln, oder wie sieht's aus? Also, wenn ihr wollt, ihr könnt euch auch fünf random Autos spawnen, wenn ihr am besten... Ehrlich? Ja, ihr könnt euch fünf random Autos spawnen. Okay, okay, dann mache ich fünf random Autos. Ja, Bro, ich glaube, ich mache random Autos. Ich auch. Guck mal, ich guck mal, wie es läuft. Also, Ente, du auf jeden Fall. Also, ihr wollt random Autos machen. Ja, okay, warte, komm ich aber zum... Äh, ich bin hier kurz an meiner Location. Die merke ich mir jetzt kurz. Okay. Und, äh, dann würde ich aber jetzt gucken, welche random Autos ihr euch spawnen. So, ich gucke jetzt bei Ente. Ich spektate jetzt Ente. So. Okay, Ente, dann spektate die... Wow, Ente hat eigentlich auch ein geiles Batman-Auto gehabt, aber gut, okay. Wenn ihr sagt... Das war voll Müll, Bro. Wenn ihr denkt, ihr seid mit random Autos besser, dann macht mit random Autos. Also, ihr seid... Ja. Ich sag doch, ihr seid Lachnummern. Ihr habt jetzt schon Angst. So, Ente, jetzt spawn mal deine Autos. Ich beobachte dich hier. Let's go. Komm schon. Bitte. Oh, nein. Müll. Müll. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Zählt gar nicht. Zählt nicht. Ja, doch, das zählt. Zwei. Fünf dürfen insgesamt spawnen. Also, noch drei Stück. Oh. Oh, mein Gott, Leute. Er hat ein OP-Lambo bekommen. Er hat ein OP-Lambo bekommen. Let's go, Ente. Ja, das zählt nicht. Das ist ein Flugzeug, Bro. Oh, dann nehme ich den Lambo. Ja, der Lambo ist echt krass. Wer macht noch random Autos? Ich, Junge. Okay, Enrico. Ich werde auch machen. Was, du was? Oh, ihr macht jetzt alle random Autos. Leute, die opfern ihre Rocket-Autos. Okay, ihr werdet keine... Ich sag euch nur, Jungs. Junge. Okay, ein Audi. GG. Junge. Ey, ihr sagt, das war ein großer Fehler, Jungs. Das war ein großer Fehler, dass ihr eure Rocket-Autos geopfert habt. Okay, welches willst du, Enrico? Sag dir ehrlich, ich werde... Oh, ich nehme den Audi. Okay. Magst du auch, oder was? Nee, nee, nee. Ich werde mein Rocket-Auto behalten. Okay. Dann werdet ihr eure Rocket-Autos behalten, Jungs. Denkt dran, ihr könnt mich jagen. Die Zeit ist eröffnet. Ihr habt eine halbe Stunde Zeit. Ich mache jetzt hier zurück. Let's go. Ja, ihr dürft Pistolen benutzen. Okay, okay, okay. So, Stani. Äh. Du brauchst mein Auto viel besser als das Rocket-Auto, ne? Also dein Auto ist... Ja, ich glaube, das war gut, dass wir gewechselt haben und ich behalte mein Rocket-Auto, falls er auf irgendeiner hohen Position ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Der fliegt die ganze Zeit durch die Gegend. Ich seh ihn schon, oder? Der Wurst hat dein Wurst. Alles gut. Ich kann ja hinterher fliegen. Ihr habt jetzt keine Rocket-Autos mehr und ich könnte mich jetzt auf dem Haus verstecken. Das werde ich jetzt auch machen. Ja, aber ich kann ja noch hinterher kommen. Ja, wenn du da hinterher fliegen kannst, dann viel Spaß, Bro. Also ich sag nur, ich werde auf jeden Fall euch das nicht so einfach machen. Deswegen habe ich ja heute auch nur ein Leben. Also wenn ihr das Auto hier kaputt bekommen habt, dann GG. So, und tschüssi. Endlich verfolgt dich. Er fliegt weg, er fliegt weg, Leute. Der fliegt die ganze Zeit den Berg hoch. Bist du ihn noch? Da ist er. Ich schieße auf ihn. Oh, Max ist direkt hier, Bro. Ja, klar. Ich kriege ihn. Tschüss. Tschüssi, Maxi. Nein, 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 nein. Da fliegt er weg. Aber alles gut, Leute. Alles gut. Weg und eh nicht mal schöne Hits bekommen. Ich fliege jetzt da her. Oh, der kann ja gar nicht weit fliegen, hä? Bro, ich kann nicht weit fliegen. Ihr werdet mich so niemals bekommen. Ich sage euch also. Ja, das werden wir ja sehen. Oh, der kann gar nichts, Junge. Also ich will jetzt nicht pushen, aber wenn ich sogar mit Controller fahren würde, wäre ich sogar wahrscheinlich noch besser. Ja, das glaube ich. Ey, Ente, was machst du? Oh, hoppala. Der ist doch hinter uns. Ey, Leute, die werden mich niemals cremen. Das war der größte Fehler von denen gewesen. Ich muss nur zu einer guten Location jumpen. Das Auto hat zwar nicht ultra viel Leben, aber wenn wir... Bro, manchmal geht dieser... Nein, 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 nein. Manchmal geht dieser Boost einfach nicht. Muss man mal ein bisschen fahren hier. So, zack und los geht's. Ab geht's, Leute. Ich bin weg, die... Boah, die werden so rumheulen, ne? Junge, aber die haben halt, wie gesagt, die Möglichkeit, 10.000 Euro zu bekommen. Aber die werden es nicht schaffen. Also ich bin mir... Ich habe keine Ahnung, was die noch machen wollen. Aber die werden mich nicht kriegen. So, stellen hier hoch einmal. Guck mal, hier können wir... Boah, ich muss auf das Gebäude da rum. Ich muss auf das Gebäude hier. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Okay, ja, easy. Easy, bro. Easy, hier chillen wir jetzt einfach. Hier chillen wir jetzt einfach. In der Luft, wir können ihn auch in der Luft abschießen, Jungs. Ja, ja, schießt mich mal in der Luft ab. So, Jungs, wie geht's euch so? Kann ich wieder mal ein Rocket-Auto sagen? Ach, du willst jetzt ein Rocket-Auto wieder haben? Ja, Bro, das ist... Du kämpfst da oben nur, ja? Ja. Ich hole mir gleich einen Heli, ey. Das Rundfäre ist halt, dass er halt so ein Scram-Chat-Auto hat. Er kann auch springen. Ja. Ja, ich habe halt ein gutes Auto. Aber wie gesagt, es ist ja heute... 10.000 Euro könnt ihr heute gewinnen, wenn ihr nämlich kriegt. Dann müsst ihr halt auch mal clever spielen und nicht so dumm wie sonst was. Ja, clever. Das hat ja jetzt nicht so clever zu tun, wenn man da nicht hinkommt. Ey, wisst ihr was? Ich mache euch sogar einen Deal. Ihr dürft sogar Flugzeuge und Helikopter verwenden. Wirklich jetzt? Ja. Aber ihr dürft nur mit Pistole auf mich schießen. Also nur mit Pistole. Okay, aber Motorrad geht auch so ein fliegendes, ne? Nein, Bro, jetzt reicht es aber. Jetzt willst du hier noch mit Pistole abkommen. Also mit hier... Ich weiß aber nicht, wie man fliegt. Ja, Bro, dann ist das nix für dich. Also wie gesagt, ihr könnt mit Flugzeug alles spielen, wie ihr wollt. Ihr könnt alles benutzen, außer das Einzige, mit was ihr auf mich schießen dürft, ist eine Pistole. Darf ich mir das ausdun, das Flugzeug? Ja. Also Bro, Real Talk, wir können da gar nicht zu dir hochkommen, weil hier ist irgendwo eine Rampe oder sowas. Ja, deswegen dürft ihr doch Flugzeug verwenden. Ihr könnt euch ein Flugzeug spawnen. Aber die Zeit läuft, Jungs, die Zeit läuft. Es sieht nicht gut aus, sag ich euch jetzt schon. Ach, Digger. Es sieht nicht gut aus. Ja gut, Jungs, komm, dann lass halt ein Heli holen. Ja, ich schnapp mir eins. Aber aus dem Flugzeug kann man gar nicht rausschießen mit Pistole, oder? Äh, doch. Ihr könnt ja zu zweit fliegen. Ja, das würde vielleicht... Also das muss ich sagen, sorry, aber ihr dürft alles verwenden, außer Pistole. Das ist ultra fair. Also wenn ihr jetzt nicht schafft, mich zu kriegen... Ente, Ente, steig ein. Ich steig ein, ich steig ein. Du schießt dann auf ihn, ja? Da ist er noch, da ist er. Oh, Enrico, was machst du denn hier? Ah, ja, ich würde es abraten. Ja, ja, komm, 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 komm. Ich steig ein, ich steig ein. Okay, mach deine Pistole, ready? Er fährt Richtung Dings, er fährt Richtung Süden. Oh, er hat einen fetten Unfall gebaut. Ja, total fetter Unfall, Bro. Ja, Bro, das ist nicht voll was. Jetzt wird er kassieren, jetzt kommen wir mit einem Heli an, Leute. Junge, guck mal, ihr werdet mich nicht mal mit Heli kriegen. Ihr werdet mich nicht mal mit Heli kriegen. Oh, du bleibst auf dem Boden, wir kommen mit Helikopter. Junge, Enrico, ich schieße ihn ab, ich schieße ihn ab. Sehr gut. Wo kommt der her, Bro? Wo kommt der her? Noch mal ein paar Hits. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, da vorne sind die. Bro, er kann nicht fahren, lass das Ding. Er legt sich hier mit den weltbesten Rennfahrern an, Alter. Ja, wo bist du denn, Enrico? Wo bist du denn, du Lachnummern? Ja, du bist da oben, auf dem Lach. Was willst du jetzt machen? Da ist er, ja, der Heli ist schon da, Junge. Hier. Heli ist da. Tschüss, Jungs. Hey. Egal, alles gut, alles gut hinterher. Schön hinterher, schön hinterher. Verfolgt das rote Auto, das bin ich. Nein, wir sind doch direkt bei ihm schon. Über ihm. Okay, sehr gut. Er ist hier irgendwo, wo ist der? Oh, warte, er ist schon wieder weg, er ist schon wieder weg. Er ist schon wieder weg. Er wechselt halt echt schnell seine Position, das muss man ihm lassen. Bro, ja, aber jedes Mal, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich das betätige, kriege ich ja auch Damage. Da vorne, da vorne fährt er, er ist ins Parkhaus. Er ist ins Parkhaus, ich fahr rein, ich fahr rein. Ja, fahr du rein? Ich schnapp den mir, Junge. Er fährt nach oben, er fährt nach oben, macht oben einen Zug. Ja. Wir müssen aufpassen, dass er nicht wieder runterfährt. Er hat mich nicht ausgeträgst, nein. Ja, er fährt wieder runter, er fährt hoch, er fährt hoch, fährt hoch. Meinst du? Ja, er ist hochgefahren, aber ich glaube, er fährt da hinten wieder runter. Ja, das ist ja hier schon mal eine gute Geschichte. Ja, ja, er fährt doch wieder runter, glaube ich. Seht ihr ihn? Nein. Oben ist er nicht, ne? Ja, er fährt runter, er fährt safe runter. Er fährt runter, ich sehe dich, ich sehe dich, wie es auch geht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stark, Ente. Ente? Er fährt hoch, er fährt hoch, er fährt hoch, er will schon bestimmt. Das ist klar, warte, dann warte ich, klar. Er wird schabt, er wird schabt. Ja, 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 hab ihn gleich. Ich bin auch gleich. Tschüss. Wo bist du? Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Bro, er fliegt unten nochmal weit, ne? Ihr müsst das kurz übernehmen. Er fliegt komplett ans andere Ende der Welt, Jungs. Ich kann nicht mal auf ihn schießen von dir aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist im Wasser gelandet. Oh mein Gott, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus hier. Er ist im Wasser, im Wasser, im Wasser. Halt den ruhig, den Heli. Ja, 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 ich komme, bin gleich da. Oh mein Gott, wie ist der da rausgekommen, Leute? Hab ihn getroffen, einmal. Sehr gut, jetzt, Ente. Oh, jetzt ist es auf Dach, auf Dach. Tschüss. Oh mein Gott, wichtig. Das ist so schwer, den zu erwischen, Leute. Ja, Junge, der gibt, also ihr könnt auch aufgeben, Jungs. Der fliegt ja nur durch die ganze Welt. Nein, wer soll da aufgeben? Hä? Aufgeben ist was für ein Loser, Junge. Also das sieht nicht gut für euch aus. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, mies Hits gegeben, mies Hits gegeben, Bro. Ich frage mich gerade, ob das so effektiv mit dem Heli ist. Ja, er ist nicht hochgekommen, er ist immer noch für hochgekommen. Halt er schlecht rausschießen, ne? Ja, das stimmt. Ja, ich werde zu machen. Da kann er nicht, da kann er nicht, das heißt, er muss hier. Ja, der fährt da entlang, Filmstudio entlang. Ja, Bro, und er fliegt schon wieder weg. Und weg, D, Bro. Und er fliegt schon wieder komplett woanders hin. Ja, ja, weg, D, D, Jungs. Weg, D, E. Ja, nicht weg, D, E. Wirst noch sehen, was da auf dich zukommt. Also, Jungs, das sehe ich schon wieder. Nicht gut aus. Der ist hier bei Rodeo Platz. Ja, Rodeo Drive, Rodeo Drive. Also, ich werde jetzt sogar Autoleben anmachen. Ich werde jetzt sogar Autoleben anmachen. Dass die Leute das auch sehen. Leute, wie hier? Wie viel Leben wir noch haben? Oh, wir haben echt viel Leben schon verloren. Da ist gar nicht gedacht. Aha, ich hab schon. Bro, ich hab schon echt viel Leben verloren. Mein Ente ist ein Spezial-Scharfschütze im Helikopter, Junge. Statt hier ist nur große Klappe. Junge Ente, freu dich zu früh, Junge. Oh, ich freu mich auf dein Geld. Wo sieht's aus? Oh, ja, wir holen uns die 10.000, let's go. So, und weg ist er, weg ist er. Weg ist er. Aber er ist unten, er ist unten, er muss unten, er muss unten sein. Aber wenn ich, dass er einen Tunnel fährt. Und das wäre gemein. Naja, der ist, der muss unten, der muss hier unten, er muss sein. Ah, da ist er, da ist er. Da, 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 da. Bro, das ist so eklig. Bro, schieß doch. Ist er? Wo ist er? Ist er in der Halle gegangen? Sind er in der Halle gegangen? Ja, der ist da oben, oder was? Oh, nein. Alter, was hast du denn da magst? So, jetzt ist Ende für dich hier. Wir sind jetzt zu Fuß unterwegs hier, um dich zu schnappen. Stati, wo bist du? Nein. Der ist schon wieder weg, der ist schon wieder weg. Ey, das gibt's doch nicht. Raus. Das gibt's doch nicht. Weg, die ihr, Jungs. Ja, also ich denke mal, ihr könnt eigentlich aufgeben. Ey, Ente, wir brauchen neue Fahrzeuge. Ja, was Besseres. Ja, ihr könnt alles spawnen, was ihr wollt. Junge. Alles, was wir wollen. Alles, was ihr wollt. Außer ihr dürft natürlich keine Raketen verwenden. Bei Auto nicht nur Random Vehicle, sondern jedes Auto. Jedes Auto, alles, was ihr wollt. Ja, das einzeln aussuchen. Also, aber das kostet natürlich eure Zeit jetzt, ne? Das kostet natürlich schön eure Zeit. Ja, das stimmt. Okay, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, Leute. Vielleicht könnte das was bringen. Boah, ich darf nicht mehr so viel crashen, Leute. Ich darf echt nicht mehr so viel crashen. Wir brauchen den Flick, den Urus. Boah. 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 Hände, du kleiner, ekliger Esel. Ja, aber Jungs, wir dürfen auch da die Waffen eh nicht benutzen. Bringt doch gar nix. Ja, aber ich bin großballer besser. Du kannst ihn ditchen die ganze Zeit. Ja, das bringt nix. Ba, ba, ba. Ja, das bringt doch nix. Er ist da hinten. Bro, ihr könnt doch aufgeben. Ich flieg hier. Du fliegst gar nicht. Du fährst bei der Autobahn. Ich seh dich doch, du. Ist hinter mir oder was? Ja, leider war ich auf der Brücke da. Ist ja schade. Ja. Ich überlege, ob ich noch ein anderes Auto nehmen soll. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt selbst die OP-LED-Autos nehmen. Ja, nehm ich jetzt. Alter. Jetzt reicht es mir nämlich. Also ihr könnt alles nehmen, aber ja, Freunde, guck mal, selbst, obwohl die alles benutzen dürfen. Ey, Bro, er haut schon wieder auf. Das gibt's ja nicht, er haut schon wieder auf. Ja, man muss halt clever spielen. Ey. Man muss halt, guck mal, ich geb euch einen Tipp, Jungs. Ich dreh durch. Oh Gott. Okay, ich muss jetzt meinen Plan B auspacken. Ich muss jetzt hier den Plan B auspacken. Was hast du denn für einen Plan B? Kann ich dir leider nicht sagen. Der Secret-Humor. Ja, ich mach halt mit jedem Jump, Leute, krieg ich halt auch Schaden extra. Also das ist für die eigentlich schon ein kleiner Vorteil, wenn ich nicht gut aufkomme. Gar nicht. Ich werd kommen. Leute, ich sag euch ehrlich, das wird die einfachste Folge, die ich jemals hatte. Ja, bist du denn? Glaube ich nicht. Ich brauch jetzt OP-Autos. Ich brauch jetzt richtige OP-Autos, um den Typen zu schnappen, Leute. Also, äh... Ja, such mal. Das kostet jetzt natürlich hier alles Zeit, aber... Boah, das ist gar nicht so ein Boost-Auto. Das kann einfach nur ein bisschen springen. Ich brauch diesen einen krassen BMW, diesen einen bunten M4. So, Jungs, äh, wann kommt ihr denn jetzt zumal? Gleich, Junge, gleich. Gleich kommen wir. Also, Bro, die Zeit läuft, aber das ist ziemlich langweilig für mich. Ja, das tut mir natürlich sehr leid. Wo sind denn diese Rocket-Autos? Tja, die müsst ihr selber suchen, Jungs. Ich kenn nur, sag doch... Leute, wo sind die? Müsst du mal helfen. Ich hab eins, ich hab eins. Ich werd euch bestimmt keine Tipps geben. Bin gecrashed, Jungs, bin gecrashed. Max ist gecrashed, das geht alles mit der Zeit. Oh, das ist eklig. Ey, okay, okay, okay. Junge, also ihr habt auch gar keinen Bock, 10.000 zu verdienen, ne? Bro, ich find... Enrico, bitte, ich brauch das Geld, bitte. Ja, Bro, ich find kein Auto, Ente. Enrico, dann mach die Augen auf. Und ich hab nur noch ganz wenig Body-Health. Ich hab nur noch ultra wenig Body-Health. Ich hab nur noch 275, also so viel brauch ich auch nicht mehr. Aber... Ja, GG. Ich find kein einziges Rocket-Auto, weil mir niemand sagt, wo die sind. Enrico, 10p bist du mir, du kriegst mein Auto. Nein, dein Auto ist auch Müll, Junge. Guck mal, ich geb dir einen Tipp, Enrico, meins heißt Scramjet. Das kannst du einem was spawnen, wenn du willst. Nee, alles gut, ich hab was anderes. Scramjet heißt das. Was Besseres, Junge. Und jetzt wirst du sehen, was passiert. Jetzt hast du richtig sehen, Alter. Ich hab so eine krasse Idee. Ich hab das OP-Auto. Oh mein Gott, ja, ja. Ich brauch kein Boost-Auto, ich brauch nur das. Ach so. Welches Auto hast du? Welches Auto hast du? Sag mal Spawn-Kurz. Ich hab den BMW, den BMW. Äh, wo seid ihr denn? Oh mein Gott, kipp das auf. Ah! Oh mein Gott. Junge, was ist das? Der könnte echt OP sein, okay? Er ist wieder da. Jetzt schnappen wir den uns, Junge. Jetzt sind wir weg, Junge. Äh, was macht ihr hier, Junge? Äh, hallo, Stani, wo bist du denn? Okay. Bleib still. Er haut schon wieder ab. Oh mein Gott. Bitte, Leute, bitte, bitte. Er haut schon wieder ab. Oh mein Gott. Nein, ich bin da im Wasser. Junge. Ich bin da jetzt, er ist, Stani. Oh mein Gott. Äh, oh mein Gott, war das klapp, Leute. Das heißt. Oh, wo ist der? Oh Gott, ich muss hier hoch. Nein, ich bin im Wasser gelandet, Freunde. Ja, selber schuld, Ente. Das kostet wieder schön Zeit. Junge, Ente, was hast du denn für ein Auto? Ich hab keine Ahnung, das sieht aus wie ein Kellerassel. Der ist da, der ist da. Junge, wie seid ihr auf einmal so schnell hergekommen? Ja, okay, die hacken, Leute. Krass. Bro. Ja, oh mein Gott. Wo ist der Eklige? Oh Gott. Boah. Was ist das hier, das Bug bei mir? Hä? Oh mein Gott, Leute, was war das gerade für ein Bug, Alter? Jungs, komm, jetzt schnappen wir uns den hier. Jetzt Ende. Ende für Stani. Ende oder was? Also, ich sag ehrlich. Er fliegt schon wieder weg. Oder er will schon wieder weg. Oh mein Gott, Leute, mein Leben sieht echt gut aus. Er versucht's. Schießt, 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 schießt. Schießt auf ihn, schießt auf ihn. Ja, ich mach doch. Nein, der sprickt über mich drüber, der Blödmann. Oh mein Gott. Ich muss hier weg, Junge. Ich muss hier weg. Oh Stani, was machst du da? Bro, man, warum kann ich dich nicht boosten? Nein, ich kann nicht boosten. Ey, Bro, lass mich doch mal in Ruhe, Junge. Komm, rüber, 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 rüber. Nein, immer schön drauf schießen, Jungs. Ja, da kommt dann nicht mehr hoch boosten, Junge. Was ist das, Leute? Ich hab' ich nicht, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, das sag ich euch, du. Also, mein Auto braucht... Oh Gott, mein Auto brauche ich nicht mehr viel. Mein Auto ist schon komplett gelb. Och, nee, bitte nicht. Also, ich brauche echt nicht mehr viel. Oh, Junge. Ja! Oh mein Gott. Was geht denn das? Jetzt. Okay, jetzt. Jetzt fängt es hier an Spaß zu machen, Junge. Jetzt geht ihr ganz schön durch, oder? Ja, jetzt gehen wir hier völlig durch. Wir haben doch gerade erst angefangen. Oh, er ist auf dem Dach da oben drauf. Hoch, so, weg, Leute. Sehr eklig jetzt. Chillt ihr da auf dem Dach oben, oder was? Ja. Fahr ich da auch hin. Aber ich kann das Auto nicht mehr so gut lenken, weil das so kaputt ist. Junge. Das ist aber schade. Oh, oh, nein. Oh, oh. Oh, guck mal, wer kommt's da, die? Ich häng fest. Ente. Nein, ich häng fest, bitte. Oh, komm doch, Ente. Ich häng hier fest, bitte. Oh. Nein. Oh, wo ist der, wo ist der, Leute? Bei mir, bei mir. Ente hängt aber fest. Ich geh da fest, da dritte. Tschüss, Ente. Nein. Oh, oh, oh. Jungs, hinterher, hinterher. Was ist mit meinem Auto los? Wow. Jetzt steht der noch da oben auf dem Dach, oder was? Ich glaube, ja. Ja, der ist noch da oben, der ist noch da oben. Ja, ich chill hier. Kommt ihr hoch, oder was? Ja, wir kommen hoch, keine Sorge. Aber gleich. Oh, ich warte auf euch eigentlich. Ey, ich kann das Auto kaum noch stören, irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann das Auto. Ja, weil wir dich zerstört haben, Junge. Komm, 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 komm. Ach, Mann. Oh Gott, wer ist da? Wer ist hier? Äh, ich bin's. Tschüss, Max. Oh, oh. Ey, du weichlige. Ja, Max, wie willst du hier hochkommen? Das Einzige, was du machen kannst, ist schießen. Wo ist er, hä, wo ist er? Hä, bist du wieder runter, oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, 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 nein. Ja, wir sind schon. Ja, nein, nein. Nein. Oh, die crashen sich selber. Die crashen sich hier gegenseitig. Warte, du kannst auf mich drauf gehen. Warte, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. So, Stani. Tschüss. Nein. Ey, Mann, erhaut auf. Hey, Bro, so eklig. Oh mein Gott. Seid aber froh, ich kann das Auto kaum noch kontrollieren. Also, es ist schon doch. Ich muss ein neues Board. Du bist ein ekliger Esel, Junge. Ja. Also, Jungs, das sieht nicht gut aus, ne? Also, ich sag euch, zeittechnisch. Ja, das sieht nicht gut aus. Aber gut, mein Auto ist auch schon gut kaputt, das sag ich auch mal, ne? Ey, das gibt's doch nicht, da fliegt ihr die ganze Zeit rum. Wenn ihr, ich sag noch ein paar Mal auf mich schießt, dann habt ihr mich vielleicht, aber ihr müsst ja auch erstmal an mich rankommen, ne? Ja, sehr witzig. Jumpy hier, Leute. Er fliegt halt nur durch die Map, was sollen wir machen, Jungs? Was sollen wir machen? Junge, ihr könnt auf mich schießen. Guck mal, ihr, okay, Jungs, wir machen jetzt sogar ein Upgrade. Ihr kriegt ein Upgrade noch. Ach. Und zwar, ihr dürft alle Waffen benutzen. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Außer gelenkte Raketen, Bro. Okay. Warte mal. Ich darf alle Waffen benutzen. Schnell! Du das... Los! Boah. Oh mein Gott. Jetzt! Nein, 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 ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schleudern rüber, schleudern rüber. Warte. Er will abziehen, er will durchziehen. Er kriegt Hits, er kriegt Hits. Oh mein Gott, ich bin perfekte der. Ja, Mann. Oh mein Gott. Nice. Oh mein Gott. Gut gemacht. Oh mein Gott, ich habe ihn so durch die Gegend gefetzt, Jungs. Oh mein Gott. Da vorne, da vorne. Ja. Ja! Oh mein Gott. Nein, der eklige. Keiner ekliger Junge. Der eklige Esel. Oh, er dreht wieder um, ey. Tschüss, Jungs. Wo ist er, wo ist er? Andere Seite wieder. Ich seh, ich seh. Ach, hier. Guck. Tschüss, 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 tschüss. Oh mein Gott. Nein, er ist weggekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ja. Okay, die kommen gut hinterher. Junge, ihr dürft alle, also Tommy, aber einfacher kann man es für euch nicht machen. Ich sag ehrlich, ihr dürft alles verwenden. Oh Gott, nein, 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 das war nicht gut. Das war nicht gut. Das Gute ist, unser Bodyleben ist schon runter und es geht nicht noch tiefer. Das ist das Einfachste, was du nur kaputtgegeben hast, das Auto lenkt sich schwieriger. Das gibt's doch nicht. Also wie gesagt, ihr dürft sogar, Jungs, Raketenwerfer verwenden, aber keine Gelenkenraketen. Keine Gelenkenraketen. Ihr könnt jetzt alles verwenden, was ihr wollt. Bist du ganz sicher? Ich bin ganz sicher, Bro. Ihr könnt selbst Haftbomben verwenden, wenn ihr wollt. Das ist sehr, sehr interessant. Bro, Haftbomben mach ich direkt, Bro. Da musst du mir nichts einmal sagen. Ja. Aber wer, ihr portet euch oder sonst was? Nein, machen wir nicht. Ja, ja, ja. Ah, Max ist gecrashed. Oder was? Max ist gecrashed, sehr gut. Max ist gecrashed, Leute. Irgendeiner fährt hier mit einem krassen Auto rum. Ich fahr mit der Corvette rum. Wow. Hey, Sturdy. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stark, Ente. Alter. Jetzt abgehauen. Man, du hättest dich anschleichen müssen. Ey, wer hat gerade eine Hand auf mich geworfen, ihr Kleid. Ich? Oh mein Gott. Ja, Mann. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ach, Bro. Und was, hast du gerade die Granaten daneben geworfen, oder was? Ja. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Oh Gott. Ich muss jetzt aber schleunigst weg. Du musst weg, echt? Die Corvette zieht dich vielleicht schon. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, da hinten sind die Leute, die drehen komplett durch. Also, ihr meint es jetzt erst, ne, Jungs? Ihr meint es jetzt richtig. Oh mein Gott. Wie meinen wir das ernst? Oh mein Gott. Es wird dir jetzt an den Kragen gehen, Alter. Wir drehen jetzt hier völlig durch, Junge. Ente, du bist sauer, oder was? Ich bin sauer. Ey, Jungs. Also, ich hab noch 14 HP. Ich hab noch 14 HP. Noch ein Treffer, das war's, Leute. Noch ein Treffer, das war's. Oh Gott, ich komm hier nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Ja, ja, ja. Stanny. Nein, das war's. Oh mein Gott, nein. Oh Gott, ich fahr noch. Jetzt hab ich, der ist in der Ecke, der ist in der Ecke. Schnell, 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 mach den fest, mach den fest. Raketenwerfer, au. Oh mein Gott. Los, alles. Ich hab ihn, ich hab ihn. Nein. Meine Auto fährt immer noch, Jungs. Ey, ist das krank. Meine Auto fährt immer noch, Jungs. Hä, wie krass ist das Auto? Äh, Jungs, ich kann nicht mehr fahren. Nein. Bro, ich kann nicht mehr fahren, jetzt so grad. Nimm das. Ey, nimm das, Junge. Ich sag ehrlich, Jungs, ihr wart echt schlecht gewesen. Ihr wart ultra schlecht. Ey, Bro, quatsch nicht. Das Ding ist, also sorry, aber ich werde euch kein Geld geben. Hä? Jungs, weil ihr mich so nicht bekommen habt und nur rumgeheult habt. Nein, das stimmt nicht. Ey, Leute, die Zuschauer sollen entscheiden in den Kommentaren, ich sag ehrlich. Wenn die Zuschauer sagen, ihr habt's fair gewonnen, dann würde ich's euch geben, aber so, Bro, ihr habt gar nichts gebacken bekommen. Das war so peinlich gewesen. Reicht mir mit dir. Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, das war's gewesen. Tschö, bitte.